Es boomt die chemische Industrie in der demokratischen Volksrepublik Korea. Das Vereinigte Jugendchemie-Werkunam-Hung normalisiert die aktuelle Produktion und vergrößert dabei Produktionskapazität. Es wartet die Anlagen wissenschaftlich, damit die komplizierten Arbeitsgänge reibungslos funktionieren. Die Zubehöre für die Reparatur der Maschinen werden selbstständig hergestellt und die Anlagen voll ausgelastet. Im vereinstem Wienerlandwerk Aktofebra führt man die wertvollen technischen Erneuerungsvorschläge in die Produktion ein, senkt die Selbstkosten beachtlich und steigert die Produktion der chemischen Waren.